Max Schradin! Max Schradin! Hat der 1 zu 1 die gleiche Brille? 1 zu 1 die gleiche Brille! Ultramax Schradin-Fan! Okay, dann nehmen wir direkt zum Vergleich euren Max Schradin! Bitte einmal! Ist das für dich ein Kompliment, wenn man sagt, du siehst aus wie Max Schradin? Schon, ja! TRIVEX! Das Chat! Ihr könnt uns nicht im Stich lassen! Es geht nicht besser! Bitte begrüßt unseren TRIVEX! Hey, Digger! Applaus jetzt einmal für TRIVEX! Vor, hey! Vor 3 Jahren TRIVEX! Moin Leute, TRIVEX hier! Moin Leute, TRIVEX hier! Um 9 Stimmen hat gewonnen! Auf dem natürlich sehr subjektiv abgestimmten Umfrage, also ich meine, das ist auf TRIVEX Kanal, hat gewonnen Team TRIVEX! Hey, Applaus! Und hier kommt... Applaus jetzt mal! Die Großartigen von SkylineTV! Die zwei Adams! Absolut! 100%! Hi, ich bin Adam und ich interviewe gerne Leute und ich bin der beste Kumpel von Knossi! Keine schlechte, keine schlechte! Ich bin auch Adam! Ich bin Fotograf und ich interviewe auch gerne Leute! Was sagst du dazu? Ja! So schlagwertig! Das war schlagwertig! Und damit denke ich, hat Team Schrader das Unmögliche möglich gemacht! Sie holt den Punkt! Schrader! 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 Schrader!